Wir treffen irgendwelche Entscheidungen, dann kommt der Röhrie und macht unsere Entscheidungen wieder rückgängig. Wo denn? Jungs, Unfall! Ey, halt mal an, Knicker! Ich weiß eh, wer du bist! Ah, fuck, ey! Herr Knicker, wir fahren im Taxi rum, was erwärten sie denn? Ja, mir schon, aber du hast einen voll weggekegelt. Ja, ja, ich weiß, oh... Oh, 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 fuck! Geht's hier gut? Geht's hier? Aua! Kopf tut mir nicht weh. Es tut mir so leid! Und schnies Arsch! Ach du Scheiße! Aua! Ah, du blutest ein bisschen aus dem Kopf, außer Stirn. Äh... Hamilton, geh mal Verbandszeug holen und Ibo. Ja, äh, lasst mal einen Schlüssel geben. Was? Lass dir mal den Schlüssel von seiner Karre geben! Lass dir mal den Schlüssel von seiner Karre geben!